Herzlich Willkommen zu einem kleinen OVO-Video. Ähm, 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 ja. Ja, ähm, ja, ist ein wunderschönes Gehäuse, ist riesengroß, soos. 200mm Lüfter, meine Damen und Herren, das Ding bläst. Ähm, ja, das passt, 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 alles für die CPU. Soos. So, das sind die, äh, guten Innereien, ja. Äh, ich bin zu blöd. 80-plull-Zertifikation. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt das einfach mal für Netzteile. Ich komme gleich, äh, KZ- Boah, boah, bin ich gut in Überleitung. Kommen wir zur Fickkarte. Diese Fickkarte ist eine Gin-War- Nee, ist sie nicht. Entschuldigung. Ist eine, ähm, Gin-War-Fickkarte. Und mit vier Bilder die Sekunde SimCity auf Ultra- Was? Äh? Das könnt ihr auch so mit Satan-Anschüssen machen. Ich würde es aber nicht empfehlen. Taktet von alleine auf vier. Und ich habe ihn auf vier, glaube ich, automatisch hochtakten lassen vom Gameboard. So, dann schwenken wir nochmal was nach rechts. Es ist Arbeit macht ein. Ja, das ist der letzte Nachtrag. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.